Und zum anderen, weil zu diesem Lehrerehepaar man nicht viel sagen braucht, außer Daumen hoch und herzlichen Dank. Morgen! Es geht Olli, komm vor! Komm vor! Auch was ihr denn schon mal gehört? Trau dich ruhig. Trau dich ruhig. Geh dich. Wenn Sie möchten, gerne. Ist ja auch an Ihrem Ohr mitgerichtet. Ist ja die Beide, wa? Born Family. Das fast geschaffte Nachkommen nur drei. Von Herrn Ross, für die Frau Weiser und allgemeines. Okay. Außer es wird verboten. Ich glaube nicht. Mehrheit, Demokratie, ich bin dafür. Frau Weiser grinst laut, Frau Weiser ist glaube ich auch dafür. Ich glaube, sie ist doch gespannt, was ich geschrieben habe. Ja gut, also, jetzt auf jeden Fall erst mal das Lied für Bornes. Bornes! 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 Und so, jetzt auf jeden Fall, wir sind ein Hoch auf euch. Und so lange eure Herzen euch steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor euch liegt. Es ist nur, wie hier in Altdorf liegt. Ein Hoch auf das, was ihr uns gabt. In unserer Zeit, in unserer Zeit, ein Hoch auf euch, euch. Ihr lasst uns leben, auf euren Stil, der immer bleibt. Wir wünschen ein Hoch auf euch, euch. Auf jetzt und ewig. Und dass ihr zwei noch lange bleibt. Vielen Erifte! In Du스 Business